Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Velo Home, dem Podcast rund ums Fahrrad und wir kommen langsam sozusagen auf die Zielgeraden der diesjährigen Tour de France, wie die Fahrer auch, langsam und sicher Spuren hinterlässt das Ganze bei uns. Ich bin ein bisschen aufgedreht und aufgeknackst, weil ich mich so beeilen musste und beim Tobas, guten Abend nach München, ist die Stimme etwas angeknackst. Ja, hallo, schönen guten Abend. Ja, hast du den Fernseher heute so angeschrieben? Ne, ich glaube, das hat eher weiter zurückliegende Gründe. Ah, okay, also hast du in den letzten Tagen den Fernseher gespielt. Ne, ja, gibt es ja verschiedene Gründe, warum man da krank sein kann und sich was geholt hat, den FIPS, den Alaphilips. Und ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal an, was in den letzten drei Tagen passiert ist und schauen auch nach vorne, was in den nächsten drei Tagen möglicherweise passieren wird. Wahrscheinlich eher interessant, was in den nächsten zwei Tagen sind. Für diejenigen, die die Folge nicht ganz zu Ende hören, vielleicht diesmal am Anfang. Wir haben da mal in der Vergangenheit, also es erwischt den Thomas jetzt vielleicht ein bisschen halt, wir haben in der Vergangenheit mal von längerem Mal darüber gesprochen, dass wir vielleicht möglicherweise am Sonntag während der Etappe noch aufzeichnen unsere Retrospektive. Kann doch sein, dass der Thomas jetzt direkt schreit, nein, auf keinen Fall. Nee, nee, alles gut. Das wäre die Gelegenheit dazu gewesen. Und das werden wir dann auch streamen natürlich. Das heißt, wenn euch die Übertragung, wenn ihr eh da rumgammelt vor der Glotze und schaut zu, dann könnt ihr euch gleichzeitig uns einfach zuhören und hören, wie wir das gucken. Da könnt ihr mal vielleicht so schauen, dass wir vielleicht, mein Vorschlag wäre so anderthalb Stunden oder so vor Ende der Etappe. Das kann man ja ungefähr absehen. Ja, also die sollen im Ziel sein um 21.19 Uhr laut Plan. What? What? Ich dachte so, ich dachte so, zu der Regen, jetzt ist es 17 Uhr. Nee, nee, die fahren ja erst um kurz nach 18 Uhr los. Also, gut, dass du es mir jetzt sagst. Ja, gut, ja, also, dann sag ich mal, wenn die kurz, wann, 21 Uhr, dann fangen wir um 19 Uhr an oder irgendwie so was, würde ich jetzt mal ganz, wir werden es via Twitter und Facebook bekannt geben. Und wer weder das eine noch das andere hat, kann uns ein E-Mail schreiben und dann werde ich auch die Personen am Sonntagnachmittag, jeder, der mir ein E-Mail schreibt und sagt, wann fangt ihr an, werde ich ein E-Mail persönlich schreiben mit dem ungefähren Zeitfenster, wann wir anfangen. Und, ja, boah, gut, dass du mir das gesagt hast, mein lieber Scholli, hätte ich ja komplett vergeigt. Nee, die Schlussetappe ist seit ein paar Jahren, ja, fernsehgerecht am Abend. Gut, also, um darauf zurückzukommen, wir werden dann unseren Rückblick auf die Tour de France, also was alles war, was uns gefallen hat, was uns nicht gefallen hat, am Sonntagabend dann live versenden im Stream. Wenn ihr vor der Glotze hängen, könnt ihr dann uns zuhören und den Fernsehton ausmachen und mal gucken, wie genau wir das timen, ob wir dann vielleicht so die letzten ein, zwei Runden auf dem Jean-Sélysee mitkommentieren oder wie das ausgeht. Wir wissen es selber nicht, einfach mal ein Experiment. Haben wir ja schon mal gemacht, äh, vor Ewigkeiten bei Mainlandstern Remo und probieren wir einfach mal. Das jetzt aber nur vorab. Oh, so, genug, genug geredet erstmal. Jetzt muss ich einen Schluck Trink nehmen. Ach, ich habe ganz was vergessen, naja. Ähm, wir sind heute Tag der Aufzeichnung Donnerstag und, ähm, wenn wir die nächsten, letzten Tage rekapitulieren wollen, fangen wir natürlich an, am Dienstag, der erste Tag nach dem Ruhetag. Es war die 16. Etappe von, ähm, dumm, 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 sag es mir nicht, ich will es wissen, äh, schwierig. Niem nach Niem. Mhm. Äh, ungewöhnlich, ja, dass da so ein Circuit bestritten wird im Prinzip. Und vor allem auch am Ende, am Ende, ne, dass da sowas gemacht wird. Ja, so eine riesige Schlaufe. Und, ja, also geprägt war diese Etappe über 177 Kilometer von der glühenden Hitze in Südfrankreich, also die Wasserträger kamen gar nicht nach, da Bidons nach vorne zu den Chefs zu liefern. Und, ähm, ja, es gab eine Ausreißergruppe, das klassisches Szenario, die dann aber irgendwann kurz vor Ziel gestellt wurde. Und dann ein, ja, Massensprint, an dem, am Ende, an dessen Ende sich Caleb Ewan seinen zweiten Etappensieg bei dieser Tour de France sichern konnte. Ähm, also das mit dem Massensprint hatten wir ja vorher schon angekündigt, ne, insofern war das ja jetzt keine große Überraschung. Ähm, hättest du Caleb Ewan jetzt wieder, ähm, für so stark eingeschätzt? Ja, schon. Aber ich fand so, dass eigentlich, ähm, Viviani diesen Sprint so ein bisschen vermurkst hat. Also, der hatte einen sehr guten Zug mit, äh, Morkov und Richese und als dann irgendwie der letzte Fahrer ausscherte, hat Viviani sich kurz umgeschaut, einen Moment gezögert. Und es war genau diese Sekunde, die Ewan gereicht hat, um aus siebter, achter Position nach vorne an allen vorbeizuschießen. Er war aber auch, ähm, ich fand, ja, aber auch trotzdem, er hatte ein unfassbares, äh, Geschwindigkeit drauf. Also, das muss man ja auch mal so einfach, ähm, einfach so sagen, ne. Also, der war jetzt schon, also der Geschwindigkeitsüberschuss, ich glaube, ähm, wenn er, ich fand, er ist einfach ein bisschen, wie soll man das sagen, ähm, er ist ein bisschen spät losgesprintet, sozusagen, ne. Naja, es lag vielleicht auch daran, dass, äh, 300 Meter vor dem Ziel noch einen Kreisverkehr gab und, äh, er da vielleicht nicht optimal positioniert war. Mhm. Aber, äh, nichtsdestotrotz war das eine, ähm, äh, ganz klare Sache und das Herz geht mir natürlich auf. Ich hab den, ich hab irgendwo einen Tweet gelesen, ähm, also so halb gelesen, ne, wie ich das halt so lese, äh, dass auch an dem Tag irgendwie seine, wie war das, seine Frau mit dem Kind? Und das war eigentlich der Geburtstermin? Genau, sein, sein Baby war da. Ja. Das klingt jetzt, für jemanden mit Vatergefühlen ist das durchaus eine romantische Geschichte. Ne, war ja auch, war ja auch dann schön und hat mit ihm, hat ihm mit Sicherheit nochmal diesen Sieg versüßt. Ja, auf jeden Fall. Ähm, das war auch irgendwie so eine Geschichte, das, naja, wurscht, wollen wir ihn und sein Kind mal in Ruhe lassen. Ähm, ähm, für den Gesamt, äh, Ablauf, also für Gesamtwertung, hatte dieser Tag insofern dann natürlich wenig Bedeutung, als sich nur, nur, nur jemand sozusagen verabschiedete aus, äh, aus den Top, Top Ten, glaube ich auch, ne? Ja, hatte sich schon so ein bisschen abgezeichnet, dass, äh, Jakob Fugesang, der musste an dem Tag nämlich aufgeben nach einem Sturz, aber er war sowieso jetzt nicht mehr in Schlagweite des Podiums und, ähm, ja, er war schon auf der ersten Etappe in Brüssel gestürzt und hatte sich davon aber wieder halbwegs erholt. Und jetzt war er erneut gefallen auf dem Weg, äh, zurück nach Niem und, ähm, ja, hatte keine Brüche, aber offenbar so starke Schmerzen, dass er dann nicht mehr weiterfahren konnte. Und ich glaube, er war zu dem Zeitpunkt Platz 9 oder 10 im Gesamtklassement und, ähm, ja, musste dann die Heimreise antreten, wie schon so oft in der Vergangenheit auch. Ja, irgendwie, ähm, auch so ein Pechvogel bei solchen Geschichten, ne? Also, auch so ein Fahrer wie so, wie so, mir fallen ja jetzt so Namen an wie Port oder so, ne? Wo man immer, also Port vielleicht noch mehr als bei ihm, aber so Leute, wo man gesagt hat, na, das könnte mal, das, das könnte durchaus jemand mal sein, wie soll man das sagen, der an so, bei so einer Tour wie dieses Jahr, äh, durchaus hätte gewinnen können, ne? Wir hatten ja schon mal gesagt, niemals wieder wird es so einfach sein, die Tour de France zu gewinnen und, ähm, er gehört mir sicher zu denen. Ja, aber ich hatte ihn eigentlich nie so richtig für die Top 5 auf der Rechnung. Also, dafür, wie gesagt, sein einziges super Ergebnis oder hervorstehendes Ergebnis bei der Tour de France war 2013. Und, ähm, ansonsten ist er einfach für die dritte Woche, beziehungsweise für die ganz, ganz hohen Berge, und das hat man auch auf dem Weg zum Tourmalet gesehen, ist er einfach ein bisschen zu kräftig, würde ich sagen. Ja, also schade. Ähm, eigentlich ein Fahrer, den man durchaus, äh, also, ich hab mal so im, 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 im Kollegenkreis rumgefragt, ne? Da ist durchaus der Name auch schon mal gefallen, äh, dieses Jahr als, ähm, als einer derjenigen, die das Ding abschießen können. Nun ja. Ja, aber was ganz spannend ist, also, äh, denkt man vielleicht gar nicht, aber die Begeisterung für die Tour de France in Dänemark ist ja riesig. Das hab ich jetzt auch nur mal neulich so durch Zufall erfahren, als das, ähm, am Fernsehen bei den Einschaltquoten generell über die Länder hinweg wurde da mal drüber diskutiert und als es erwähnt wurde, dass halt in Dänemark das dänische Fernsehen immer einen Supermarktanteil hat. Also, ja, ähm, kann man sich vielleicht auch denken, weil wenn man mal so selbst irgendwie in ein Rad-Trainingslager oder so nach Mallorca oder so fährt, dann, ähm, ist es in der Regel sehr dicht bevölkert mit dänischen Menschen. Ja, und, äh, wir erinnern uns an, ähm, an, äh, Bjarne Ries. Er war doch auch Däne, oder? Habe ich das jetzt, ich hoffe es zumindest, dass er Däne war. Ähm, ja, da gab's noch so ein paar andere. Ähm, wer fehlt uns denn noch ein? Beispielsweise ein Michael Rasmussen. Ja, genau. Oder früher ein... Mann wie Rolf Sörensen. Wir vergessen bestimmt noch ganz viele, aber es gab, äh, viele glorreiche... Dänische? Dänische Rad-Anfahrer. Ähm, ja, also schöne Sache und, ähm, ich, 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 ich gönne keine Bume. Und irgendwie im Nachhinein, also wir hatten ja auch, ähm, muss ich zugeben, oder ich zumindest, ähm, vor Jahren so ein bisschen, hm, ähm, ähm, wie war das von Lotto, dass man sich verabschiedet hat von, ähm, 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 von hier André Greilich. Und, ähm, und im Grunde genommen, ne, wenn man das jetzt so betrachtet, war das genau richtig. Ähm, ja. Ähm, könnte man eigentlich, ähm, wäre es interessant, mal so eine Art Wertung, ich weiß nicht, ob es das im Fußball, im Fußball kann ich mir das noch relativ einfach vorstellen. Und wahrscheinlich sind die amerikanischen Statistik-Sportarten, da eh wie verrückt schon hinterher, so eine Art, ähm, Budget-World-Tour-Punkte oder, ne, also so eine Art, wer macht aus seinem Geld die meisten Punktewertung. Und da ist, ähm, ähm, ist Lotto mit an sich halt ganz einer Wahrscheinlichkeit sehr, äh, gehört mit zu den Führenden. Während andere Teams wie jetzt, mir fällt jetzt in Neos oder Movies mit ihren, oder vor allen Dingen in Neos mit dem großen Budget, dieses Jahr da wahrscheinlich nicht ganz so weit vorne gelandet sind. Ja, oder guckt der Mannschaften wie Trek oder, ähm, Katyusha an, die so viel Geld da reinbuttern, aber scheinbar kopflos agieren. Ja, sollen sie es uns geben? Sollen sie uns doch ein Team machen lassen, verdammt nochmal? Naja, es gab ja schon mal diese Idee von der Gazzetta dello Sport ein Team per Crowdfunding zu geben. Ja, ja, ich dachte, es gibt, irgendjemand hätte dich schon mal angerufen und hätte gesagt, hier, ähm, möchtet ihr, ähm. Das wäre schon gewesen, ja. Ah, wird aber stressig, ist aber auch stressig. Ähm, ja, Gesamtwertung, wie gesagt, Jakob Vogelsang hat sich verabschiedet, aber um nochmal kurz zumindest so den Stand wiederzugeben bei dieser Etappe, wie es ausschaut im Gesamtklassement. Von Alaphilippe, vor Gerard Thomas, Kreisweig, Pino, Bernal, Buchmann, ich erfreulich auf sechs, vor Lander, sieben, Valverde, Uran und Richie Port. Ja, mehr ist nicht zu sagen da, man muss ja auch nicht Sachen aufblähen unnötig. Am nächsten Tag, das war dann die siebzehnte Etappe vom Pont du Garde nach Gap, zwei Namen nicht aussprechen kann. Und, ähm, ich habe mich ja, ähm, du weißt es, ähm, sehr auf diese Etappe gefreut, aus dem ganz schlichtweg und ergreifenden Grund. Ich war vor gar nicht allzu langer Zeit in Frankreich, Frankreich ist das Land, genau, in Frankreich im Urlaub und dort war ich auch am Pont du Garde. Einfach, äh, einfach mal so, bin ich da mal vorbei, hab mal geguckt, steht's noch hier, alles gut, alles, ist diese Bausubstanz noch in Ordnung, ne, kann man da die Fahrer drüberfahren lassen. Und, ähm, hat sich rausgestellt, ich konnte das freigeben und, äh, dementsprechend wurde auch lang gefahren. Und es, ich habe mir die Eurosport, äh, den Anfang der Übertragung so ein bisschen angeguckt hinterher. Ähm, die waren auch, also, man muss sagen, die haben da schon, ähm, ihr Weltkulturerbe da schön entsteht, oder? Ja, und zumal das auch auf der vorigen Etappe rund um Niemen, also gefühlte zehnmal ins Bild gesetzt wurde. Ah, echt? Das habe ich wiederum natürlich nicht gesehen. Aber, ja, also einerseits ist es natürlich nur ein komischer Bogen, äh, der da irgendwo in der Gegend rumsteht. Äh, andererseits, ähm, ja, schon eindrucksvoll und man konnte da ja auch rüberlaufen und rüberwandern und so und, äh, man konnte dann auch so im Untergrund, da unten lief ja dieses Flüsschen lang und da habe ich mit der kleinen so ein bisschen im Wasser rum und so weiter. Egal. Du willst mich stoppen, merke ich, was? Nö, der Fluss, die Gare. Was? Die Gare. So hieß doch der Fluss da, oder? Ach so, äh, das weiß ich gar nicht, das weiß ich gar nicht. Aber ich sehe gerade, ich suche gerade nämlich ein Kapitelbild raus für das Bild nachher, ähm, für die Folge, dass ich an dem Tag sogar, was für ein Zufall war, als wir da hingefahren sind, wusste ich gar nicht, dass da die Tour de France startet, um ehrlich zu sein. Ähm, und als wir da angekommen sind, ich hatte sogar an dem Tag ein Tour de France T-Shirt an. So was. Als hättest du es gewusst. Als hätte ich es vorher gewusst, ähm, ja. Habe jetzt auch schon das Bild genommen, das wir da nehmen. Nun ja, ähm, genug fabuliert. Ähm, ich hoffe, es hat euch auch allen ein bisschen gefallen da, äh, das zu sehen. Und wie ging es denn sportlich aus an dem Tag? Ja, es standen ja 200 Kilometer genau auf dem Programm, bis man dann am Fuße der Alpen in GAP ankam. Und, ähm, ja, also der, es gab einen, äh, erbitterten Kampf, würde ich sagen, um die Ausreißergruppe, weil es hatte sich dann eine große Gruppe, so gefühlt mit 30 Leuten aus dem Staub gemacht. Aber, äh, äh, es gab eine Mannschaft, beziehungsweise zwei, die waren nicht da drin vertreten und die hatten tatsächlich da den Postabgang verpasst. Nämlich, äh, Team, äh, Total, Direct Energy und, ähm, Akea Samsic. Und, ja, die mussten sich dann vor das Feld spannen und diese 30 Mann jagen, was natürlich kein Spaß war. Und, äh, na, logischerweise hatten die da keine Chance, aber die sind da gefühlt 50 Kilometer hinter denen hergefahren. Aber entstanden, ist auch ganz interessant, entstanden ist diese Ausreißergruppe mal wieder durch Thomas de Gendt, der sich einfach an die Spitze des Feldes setzt. Das ist halt seine Masche, setzt sich an die Spitze des Feldes und fährt so ein hohes Tempo, bis es irgendwo irgendwann reißt und dann ist die Gruppe weg. Ja, bis es kracht. Ja, das war in der Tat ja nicht das erste Mal so, dass, äh, dass, dass die Taktik, äh, von de Gendt ist. Ähm, ich, ich frage mich, oder habe mich gefragt, als ich das so nachgelesen habe und angeguckt habe dann, ähm, solche Etappen, ne, ähm, insbesondere bei solchem Wetter, also es war ja gestern auch wieder brüllend heiß, 200 Kilometer, ähm, Überführungse, Entschuldigung, Überführungsetappe, ähm, ob man sowas dann nicht auch mal abkürzen kann oder irgendwas. Das Problem ist ja, es ist ja vorher schon festgelegt, wo die langfahren. Also, das müsste man natürlich bei der, bei der Planung im Oktober bereits machen oder beziehungsweise, wenn man die Strecke halt, äh, plant und nicht erst kurz vor der Tour de France. Ja, mir tat das nur, also an dem Tag, weil, das war ja wirklich dann auch eine, eine von diesen berühmten, äh, Bummel-Etappen, ähm, was ich, was man ja auch wirklich echt gut nachvollziehen kann, äh, dass die Fahrer an dem Tag wirklich, wirklich wenig Lust haben, ähm, da ein hohes Tempo durch die Gegend zu jagen. Ähm, im, im weiteren Fall, Entschuldigung, jetzt, jetzt bin ich hier noch der Kranke, ähm, im weiteren Verlauf der Etappe, wie ich es so dann wahrgenommen habe, ähm, hat sich das dann halt, äh, auch, ja, konnte man es festmachen, dass, äh, es ein Ausreißer, ähm, Grüppchen gab und hinten raus hat sich's dann aber auch ordentlich zerfleddert, ne, muss man so sagen. Ja, Matteo Trentin, bei dem man eigentlich gedacht hätte, dass der sich auf seinen Sprint verlassen kann, ähm, und da mit den anderen zusammen ankommen kann, der ist auf Nummer sicher gegangen und ist, äh, schon vor diesem letzten Drittkategorie-Berg da rausgefahren und kam solo in GAP als Sieger an und dahinter dann Kaspar Askren, was ich an dem Tag, ja, so teamtaktisch gar nicht verstehen konnte, also, die haben das gelbe Trikot, der König Quickstep, und danach kommen drei schwierige Alpen-Etappen. Warum er nehmt, verbrennt. Und dann turnt da Kaspar Askren irgendwie in der Ausreißergruppe rum und verschleudert sämtliche Kräfte, also, ich weiß nicht, hat für mich nicht so viel Sinn ergeben. Vielleicht hat er sich vorher mal einen Tag, äh, sozusagen, irgendwie, ich will nicht sagen, vertraglich festschreiben lassen, dass er mal einen Tag frei bekommt, im Sinne von, er kann er frei nutzen, ähm, keine Ahnung, also, fand ich auch, auch komisch, als ich's dann gesehen hatte, ne, aber, mei, vielleicht fühlt er sich einfach stark und hat, hat sich das vorher erbeten, oder, keine Ahnung, ne, Frau kommt aus der Gegend und deswegen wollte er da was zeigen. Man weiß es nicht, klickt von Abermann. Ja, aber dann müsste ich, müsste ich ja jetzt als sportlicher Leiter dann intervenieren und den zurückpfeifen eigentlich. Genau gleich wie mit den beiden Bora-Hans-Krohe-Fahrern, Daniel Oss und Lukas Pöstlberger. Hm, die haben eigentlich auch noch einen, zum einen werden die auf der letzten Etappe noch für Sagan arbeiten müssen und zum anderen haben die halt noch Emanuel Buchmann sehr gut im Klassenort platziert, verschleudern da aber auch die Kräfte in der Ausreißergruppe. Ja, äh, ja, also kann, kann ich nicht anders sagen, aber vielleicht, ähm, ich, ich denke mir immer dann so, Mai, ähm, vielleicht gibt es irgendwie so, so Gründe, die wir noch nicht durchblicken oder, ähm, wer weiß, welchen, welche, welche. Na klar, bei Pöstlberger war es ja so, ähm, der ist jetzt auch Vater gewesen und, äh, deshalb heute von der Tour de France ausgestiegen und von dem war es dann sowieso der letzte Tag, aber, ja, was jetzt Daniel Oss da vorne wollte, hm, da kommen wir wahrscheinlich nicht hinter. Gut, dass ich jetzt weiß, dass er auch Vater geworden ist, weil mir war nämlich noch nicht klar, warum er ausgestiegen ist. Ich hab's nur irgendwo gesehen, dass er ausgestiegen ist. Genau gleich wie Nils Pollitt, aber der ist auch ausgestiegen. Nee, der ist dabei, aber er ist Vater geworden. Ja, das, das hatte ich auch wiederum gelesen, also, ich weiß auch nicht, das ist, jetzt haben wir, ne, wenn wir mal kurz rechnen, jetzt haben wir, äh, Juli, ne, das war alles, ist alles im Oktober, nur wenn man letzten Jahres in Offseason passiert. Das treiben also die Fahrer, wenn sie nichts zu tun haben, wissen wir jetzt auch mal, waren wir vorher noch nicht so, ähm, so, 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 so bewusst. Müsste, müsste man mal recherchieren, ob alle oder viele Fahrradfahrerkinder im Juni, Juli geboren werden. Ja, gute Frage. Ja, kann sich ein Hörer vielleicht mal mit kurz beschäftigen. Eine Geburtsstatistik aufzusetzen. Ja, aber wie gesagt, bei diesem Finale war ich so ein bisschen überrascht, dass Matteo Trentin da alle in den Wind setzen konnte. Und dahinter, ja, wie gesagt, die kamen da alle einzeln versprengt an. Und dann gab's halt da, äh, in GAP eine sehr große GAP zum Hauptfeld zurück. Die haben mir ordentlich gebummelt. Und, ähm, ja, kamen alle geschlossen ins Ziel. Aber einen Aufreger, den gab's noch. Ja, das ist auch das, was vielleicht, wenn man, äh, über diese Etappe, äh, im Nachgang sprechen wird, sich, ähm, ja, mehr hängen bleibt als, äh, der Sieger der Etappe. Und zwar, ähm, hat das, falls ich mal kurz beschreiben darf, wie ich es, äh, mit, mitbekommen hab. Und zwar meinte meine Frau zu mir, irgendeine Twitter, äh, App hat ihr, äh, hier eine Push-Nachricht bekommen, äh, deutscher TV, äh, deutscher Tourstar aus Tour rausgenommen. Die so, hä? Hä? Was ist denn da passiert? Und ich wusste nichts davon, ne? Das ist natürlich hochgradig peinlich, dass ich dann hier, ähm, das, äh, nach meiner Frau erst erfahre und ich so, äh, 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 und bei deutscher Tourstar war mir eigentlich, äh, also, ähm, wusste ich jetzt, äh, befürchtet es schon alles Mögliche, aber so allgemein, also, wenn du Lysian Müller jetzt fragst, wird sich vielleicht ein Toni Martin sogar noch eher kennen als ein Emanuel Buchmann als ehemaliger Weltmeister. Naja, Toni Martin hat in einer Szene, ähm, den Kapitän Derut, äh, von Team Bineos, äh, Luke Rowe, so ein bisschen abgedrängt, äh, in die Seite gedrängt, ich fand's jetzt aber ehrlich gesagt, äh, in dem Moment, in der Situation, hätte man mich jetzt nicht drauf aufmerksam gemacht, hätte ich dann nicht mal gedacht, mein Gott, was ist denn da passiert? Ja, ich fand's jetzt eigentlich nicht so schlimm und Luke Rowe hat sich dann, äh, dann bedankt, indem er so ein bisschen am Trikot gezupft hat oder Trikot gezogen. Jedenfalls hat ihm eindeutig zu verstehen gegeben, dass jetzt, dass nicht so die feine englische Art ist und dafür sind beide rausgeflogen und das hat mich jetzt im ersten Moment ziemlich irritiert und ich dachte, was für eine alberne Nummer, die jetzt deswegen auszuschließen. Naja, es war ja mehr oder weniger eine Revanche-Geschichte, weil vorher hatte ja schon irgendwie Luke Rowe Kreuzberg abgedrängt und soll auch irgendwie mit den Fäusten tätig gewesen sein und, ähm, Toni Martin, also, das kann man dann auch in dem Video sehen, also, der drängt den schon bewusst zweimal richtig heftig in den Straßengraben und guckt sich noch um, ob er da eingefahren ist. Und vor allem, das, was, ähm, was halt, ähm, daran so, so exorbitant ist, ist halt, dass er die Zuschauer, die da standen, damit gefährdet hat. Man stellte sich vor, der Luke Rowe wäre da vom Fahrrad geflogen und wäre gegen so einen Zuschauer geflogen. Okay, das habe ich in dem Moment, ehrlich gesagt, gar nicht so beachtet, das habe ich gar nicht wahrgenommen, dass, äh, dass da möglicherweise, äh, Zuschauer durch diese Aktion jetzt, äh, gefährdet waren. Das war mir so nicht aufgefallen. Ähm, ja gut, das ist dann natürlich was anderes. Alles okay, wenn die beiden das unter sich austragen, aber solange, sobald da halt irgendwie ein Dritter gefährdet wird und die Fahrer dahinter waren ja natürlich dadurch auch gefährdet. Ja, ähm, äh, äh, das, das, das stimmt, das hatte ich so in dem Moment gar nicht gesehen, ähm, und was ich noch interessant fand, ähm, was mir so gar nicht bewusst wurde, ich weiß nicht, ähm, du kennst die Webseite natürlich, äh, The Secret Pro, ähm, ein Angeb, ich sage mal angeblich, weil, ne, niemand weiß es ja so genau, aber es ist, äh, die Webseite eines, ich glaube, auf, ich weiß gar nicht, auf welcher Plattform er schreibt, ähm, und dort wird, wird, berichtet er sozusagen aus dem Peloton, ähm, und, äh, Er hat auch jetzt während der Tour so einen, ich glaube, fast täglichen Newsletter, und, ähm, da schreibt er auch, ähm, everything was all pretty calm today until the, that happened, bla, 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 don't let him tell you it wasn't, äh, we did it all time, we paid, bla, 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 swinging into another rider so that he nearly goes off the road and into fence, that is not normal. Both Martin and Roe are sometimes a bit aggro anyway. Das war mir noch gar nicht so aufgefallen, dass, ähm, äh, Tony Martin insgesamt als einer gilt, der durchaus da mal, ähm, sich auch aggressiv Platz verschafft und so weiter und so fort. Luke Roe, hab ich jetzt nicht so auf dem Schirm, muss ich gestehen, äh, ne, aber dass die gar nicht so unbekannt dafür sind und, ähm, dass, ähm, Richie Porte damals, äh, von Tony Martin abgeschossen wurde. War mir als Geschichte jetzt auch neu. Das ist aber schon länger her. Ja, ja, wahrscheinlich hat der, dieser Fahrer, oder dieser angebliche Fahrer, nennen wir es mal so, ähm, da ein gutes Gedächtnis für, ne, also das, dass, ich, ich hatte den Tony immer so als braven, netten Jungen von Polizisten von dem an, im, 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 äh, im Auge. Also, ne, also im Kopf, ne, wie sagt es, im, ja, ja, da halt. Ähm, komisch, ne, also, ähm, vielleicht ist das auch so eine deutsche Wahrnehmung, dass wir den gar nicht so als den Bösen wahrnehmen. Ja, auch schon, man natürlich sagen kann, jetzt, äh, Kaspar Asgren, der hat mal eine ähnliche Aktion gebracht während dieser Tour, als er einen Sunweb-Mann nicht, äh, mehr ausreißen lassen wollte und den in den Straßengraben abgedrängt hat und hat dafür eine Geldstrafe bekommen. Aber, klar, das war jetzt sozusagen, da, der Bahnschuss vor dem Bug von der Jury und jetzt bei diesem Mal, ja, haben sie halt die Regeln mal strenger ausgelegt. Da müssen sich dann die beiden auch nicht, nicht wundern. So, ich spiele jetzt mal, wie nennt man das, äh, Advocatus Diaboli. Es kommt den Franzosen ja jetzt auch ganz recht, ne, dass da Kruisweg einen seiner besten Helfer im Flachen verloren hat und dass das Team Ineos seinen Käpt'n De La Route verloren hat. Für so ein Allafi-Dub. Ne, mit Sicherheit, klar. Aber der Jury-Präsident ist meines Wissens nach ein Italiener, also von daher. Ja, gut, dass da das Geld in Koffern fließt, das ist uns doch auch bekannt. Also, um mal alle Klischees auszunutzen. Ähm, da stand doch dann abends die Flasche Vino, äh, vor der, vor der Tür und dann, also. Ja, für, für das Team Jumbo Wismar wiegt dieser Ausfall mit Sicherheit jetzt nicht so schwer, weil Toni Martin, gut, den hätte man vielleicht noch auf den Champs-Élysées gebraucht. Aber jetzt im Hochgebirge kann der mitnichten viel ausrichten. Also, das sehe ich jetzt nicht so. Aber, ja, fürs Team Ineos natürlich, äh, Luke Rowe ist eigentlich der Fahrer in der Mannschaft, der die Ansagen auf der Straße macht. Und der verlängerte Arm der sportlichen Leitung. Und da fehlt natürlich jetzt ein ganz wichtiges, äh, Bindeglied. Ja. Sie können mal gespannt sein, äh, wie das, äh, so läuft. Und, ähm, vielleicht ärgert man sich jetzt, dass man doch einen, den ich ja an Christian Knaes mitgenommen hat stattdessen. Der vielleicht in solchen Situationen auch etwas ruhiger oder besonderer gewesen wäre. Aber hinterher... Weil er hat zumindest mit Toni Martin auf Deutsch kommunizieren können. Er hätte mit dem deutschen Einlauf verpasst. Ja, ähm, aber, ne, A ist man hinterher immer klüger. Und B weiß man es eh auch nicht so wirklich, äh, ob das einen Unterschied gemacht hätte. Gut, also, das war die Etappe am gestrigen, woher noch nicht mehr, wochentag, technisch ein bisschen durcheinander. Am gestrigen Mittwoch. Wie erwartet eine Ausreise-Etappe. Und dann kommen wir zum heutigen Festtag. Ähm, Col de Galibier. Essenberg, über den muss man eigentlich nichts sagen, obwohl man so viel erzählen könnte. Ähm, das noch mit dem Isoar zusammen, ähm, steht für, steht für Ratsport, Freude, Fest, Pur, alles, was das Herz begehrt. Außer für mich, der keinen Fernseher hatte und nichts gucken konnte, sondern nur es im Ticker nachlesen konnte. Asche auf mein Haupt. Aber dafür konntest du von Minute eins bis Minute Ende alles schauen. Und kannst mich jetzt zumindest mal, ob mein Eindruck, ähm, der durch Nachlesen entstanden ist, ob das sich mit der Realität deckt. Und meine erste These oder mein erster Satz dazu ist, so eine Nummer hat der Quintana doch schon mal gemacht, oder? Also erst groß als Favorit ans Rennen, äh, mit Favorit reingehen, dann abkacken und dann in der dritten Woche auf einmal eine Etappe dann rausholen und wieder mit Minuten Vorsprung gewinnen. Und dann auf einmal sich doch wieder in eine Position bringen, wo man sagt, ja, vielleicht doch. Sodass man beim nächsten Jahr ihn wieder als Favorit zieht und er dann die gleiche Nummer wieder abzieht. Was für eine Pfeife. Ja, aber generell muss man bei Quintana sagen, also vielleicht besprechen wir es zum späteren Zeitpunkt, aber er ist einer, der erst in der dritten Woche immer richtig in die Tour reinkommt. Wenn man beispielsweise sieht, 2013, als er das erste Mal groß bei der Tour aufgefahren ist, da hat er auch zwar Trois Domain attackiert, aber hat er auch dann Zeit verloren. Und beispielsweise 2015, als er das Blatt in der letzten Woche gegen Froome fast noch gewendet hätte, hat er auch auf dieser Bergankunft LaPierre Saint-Martin viel Zeit von Froome eingeschenkt bekommen und kam dann auch erst in der dritten Woche richtig stark auf. Von daher, das hat schon so ein bisschen, ja, ist eigentlich ein Charakterzug von ihm, dass er in der dritten Woche erst richtig stark aufkommt. Aber wenn wir die Etappe mal so ein bisschen vom zeitlichen Ablauf durchgehen. Ich wollte nur meine Hauptthese zur heutigen Etappe mal voranstellen. Ja, 208 Kilometer, Ambrun, Valois und ja, heute, klar, war der Kampf um die Gruppe dementsprechend groß und es hat fast, ja, bis kurz nach dem ersten, bis zum Sprint gedauert, im Prinzip bis dann diese auch wieder sehr große Gruppe, generell erstaunlich, wie große Gruppen jetzt immer wegfahren hier bei der Tour, wegfuhr. Wegfuhr und wie gesagt, es war halt dann beispielsweise ein Quintana dabei, ein Romain Bardet oder ein Michael Woods auch. Und ja, die hatten zwischenzeitlich mal so einen großen Vorsprung, dass Quintana da wieder in den Top 6, glaube ich, der Gesamtwertung drin war. Aber in dem Moment war Quintana doch noch die Relay-Station, oder? Also für uns zumindestens Gedanken. Ja, da wäre ich jetzt zugekommen, also Movistar, die haben dann nach dem Call de Vars, ging es dann ja in den Call de Soir, den wahrscheinlich viele oben mit dieser Mondlandschaft kennen, ging es da rein und da hatte Movistar dann begonnen, das Feld auseinanderzunehmen, sprich Marc Soler hat da mal ein ganz hohes Tempo angestangen und da haben eigentlich alle damit gerechnet, dass dann irgendwann die Attacke von Landa kommt. Aber da hat man dann scheinbar gemerkt, oder ich kann es mir nicht anders erklären, dass sich wahrscheinlich Landa nicht gut genug gefühlt hat, um anzugreifen und hat dann diese Aktion wieder abgeblasen, hatte dann aber in der Zwischenzeit dieser Spitzengruppe gut drei oder vier Minuten abgenommen und somit Quintana um seinen Vorsprung eigentlich gebracht. Aber kann natürlich auch gut sein, dass man teamintern auch nicht wusste, wenn er wirklich an dem Tag jetzt drauf ist und dass der da schneller als die Favoriten den Galli-Bier hochknallen kann. Hätte man das gewusst, hätte man mit Sicherheit auch nicht diese Aktion am Isuar gestartet. Und weißt du, was ich da sagen muss? Wir haben ja schon oft über die Teamleitung der Movies geschimpft und alles. Also sind die Letzten, kann ich nachvollziehen, dass sie sich da nicht sicher sind. Weil Landa angeblich, was man ja so munkelt immer, hat Quintana sie ja schon mal diese Tour im Unklaren gelassen beziehungsweise hat nicht früh genug gesagt, wie schlecht da drauf ist. Und wenn er jetzt am Anfang sagt, alles gut läuft und so, dann würde ich als Teamleitung auch erstmal ein bisschen skeptisch sein. Kann ich absolut nachvollziehen. Und wenn dann, und dass ein Landa, deswegen mag ich Landa auch mehr als Quintana, dass ein Landa dann früh genug sagt, pass mal auf, ich habe euch nicht die Beine. Unser Plan war gut, hätte aufgehen können, wenn man Beine gewesen wäre. Aber hier, Plan B, lasst Quintana fahren. Muss ich nochmal sagen, also wegen solchen Aktionen beziehungsweise solchen, ja auch offenen, seiner offenen Art mag ich Landa mehr als ein Quintana, der die Teamleitung in die Position bringt, nicht zu wissen, ob sie am Fahrer jetzt da 100% trauen können oder nicht. Weil er hat ja jetzt auch, glaube ich, in den letzten Tagen bewusst, also wirklich offenkundig bekannt gegeben, dass er das Team verlassen wird. Ja, wobei Plan B wäre für mich eigentlich noch gewesen, dann nicht mit Landa, sondern mit Valverde loszufahren, weil der im Gesamtklassmoor ja ähnlich gut wie Mike Landa noch platziert war und das wäre dann erst Plan B gewesen und Plan C eigentlich dann erst mit Quintana auf den Etappensieg zu gehen. Aber gut, sie haben dann ihren Fehler noch einigermaßen gut ausgebügelt, sage ich jetzt mal, haben ihn wieder rausgenommen. Ja, und dadurch, dass halt hinten dann keine Mannschaft sich irgendwie verantwortlich dafür gefühlt hat, das Tempo zu übernehmen, irgendwann ist dann Ineos halt eingesprungen, ist dieser Vorsprung, dieser Spitzengruppe wieder recht rapide angestiegen und ja, Quintana hat dann, glaube ich, im Schlussaufstieg zum Galibier hoch nochmal ein, zwei Minuten draufgepackt und am Ende mit über fünf Minuten Vorsprung auf die Favoriten die Etappe gewonnen. Ja, also dieses Comeback, du hast recht, er ist bekannt dafür, dass er in der letzten Woche, aber das, genauso wie wir Froome letztes Jahr gelobt haben, dass es schafft, punktgenau in der dritten Etappe fit zu sein, muss man aber sagen, jetzt erst dort fit zu sein oder vorher so unfit zu sein, wahrscheinlich bräuchte Quintana eine vier Wochen Rundfahrt zu gewinnen, dann soll er einfach eine Woche vorher schon mal durch Frankreich ein bisschen fahren, schon mal warm fahren. Ne, ich finde, es gibt einfach gewisse Charakteristiken, die manche Fahrer brauchen. Also bei Quintana sind es halt die hohen Berge, sprich diese Pässe über 2000 Meter. Da ist eigentlich kaum jemand besser als er und generell heute, wenn wir mal zum Rennen dahinter kommen, sieht man halt, wie die Kolumbianer heute aufgeblüht sind. Bernal und auch Rigoberto Oran, die allesamt ein ganz, ganz starkes Rennen gefahren sind und es war eine ganz andere Dynamik drin als noch in den Pyrenäen. Und natürlich auch Lennart Kemmner, der Kolumbianer Niedersachsens. Der Kolumbianer aus Fischerhude, ja. Entschuldigung. Fantastisches Rennen geliefert hat. Der wird scheinbar von Tag zu Tag besser. Also ist jetzt auf dieser Etappe nach vor bei dieser Berggangkunft Sechster gewesen und jetzt bei dieser Hammer-Etappe über den Galibier Vierter und das mit so Leuten wie Bardet, Quintana, Luzenko oder auch Caruso in der Ausreißergruppe, das ist schon, boah, das ist mal eine Ansage mit 22 Jahren, da vorne so stark rumzufahren. Da sieht man mal das Potenzial dieses Fahrers. Und es ist, ja, super schön, diese Geschichte generell, dass das Team das Vertrauen in ihn gesetzt hat und dass er das jetzt so zurückzahlt. Ja, also das muss man einfach mal sagen, wir haben hier Bernal vor vielleicht ein, zwei Jahren noch als das große Talent und den großen kommenden Grand-Tour-Fahrer gesehen. Die beiden sind gleich alt. Das muss man einfach mal so im Hinterkopf behalten. Und ich glaube, dass Lennart Kempner vielleicht gar nicht so ein, wie soll man sagen, also ich bin gespannt, wo sein Wikin führt. Also ich glaube, vielleicht ist er auch so klug, sich gar nicht so, ich bin gespannt, ob er ein Grand-Tour-Fahrer wird. Oder wie wir ihn vielleicht so schon sehr, sehr lange nicht mehr in Deutschland gesehen haben. Oder ob er sich vielleicht auch, er ist ja so ein fantastischer Bergfahrer, aber er kann auch Zeit fahren, ich bin sehr gespannt, einfach so, Punkt. Naja, also ich denke, da wird der Weg für ihn hinführen, weil man sieht ja jetzt, dass er im Prinzip, das ist ja die wichtigste Charakteristik eigentlich für einen großen Rundfahrer, dass er diese Regenerationsfähigkeit hat und auch Tag für Tag diese Leistung abliefern kann. und das zeigt er jetzt schon auf einem gewissen Niveau und da wird für ihn, denke ich, auch die Reise hingehen. Und rein vom Talent, vom Potenzial her, sehe ich ihn eigentlich noch, ja, über einem Emanuel Buchmann jetzt aus deutscher Sicht. Also wenn man sieht, wo der mit 22 war und wo jetzt Lennart Kempner schon ist und klar, Bernal, da muss man sagen, das ist ein Jahrhunderttalent. Also in dem Alter schon da irgendwie rumzufahren, das haben nur ganz wenige geschafft. Aber wenn bei Lennart Kempner die Progressionskurve so weiter nach oben zeigt, dann bin ich guter Dinge, vor allem auch in dem Team, dass er da in zwei, drei Jahren vielleicht auch mal bei der Grand Tour mit vorne angreifen kann. Vor allem, er kann ja Zeit fahren, ne? Europameister war er schon und U23 da. Ja, und er war vor allem bei diesem Vuelta-Zeit fahren mit 21 oder 20 Jahren in den Top Ten. Und kann die Berge fahren, also Grüße an das Team Sunweb. Wenn da jemand sitzt, bestellt die Maschine. Schöne Grüße, wir sehen das und wir freuen uns sehr, sehr, sehr dolle. Ganz tolle freuen wir uns. Ja, und vor allem heute auch am Call du Galibier fand ich sehr beeindruckend. Also er war eigentlich schon zwischenzeitlich recht schnell abgehängt, aber hat sich so gar nicht beeindrucken lassen. Er ist einfach sein Tempo gefahren und ist dann sogar zum Schluss noch mit Caruso hochgefahren und hat Woods da zum Beispiel noch überholt. Vielleicht war diese Krankheitsgeschichte oder dieser Ausstieg oder diese Rennpause, vielleicht muss man das auch mal so auf andere Sportarten oder anderen Sportlern sagen. Das so als Paradebeispiel dafür, dass so etwas nicht, dass so etwas auch fördernd sein kann. Also dass man so ein bisschen Abstand gewinnen und Neuorientierung oder Neuausrichtung beziehungsweise mal Resetten durchaus auch eine solche Geschichte produzieren kann, bevor Schlimmeres passiert. Also wir hatten ja auch schon andere Fahrer, die dann in andere Richtungen abgedriftet sind. Und so deswegen Hut ab in jeglicher Hinsicht vor dieser Nummer. Ja, und noch ein anderer Aspekt der Ausreisergruppe. Romain Bardet, der hat heute sein Ehrentor geschossen, wenn man es so sagen will, hat sich nämlich die Bergwertung gesichert oder übernommen heute. Relativ viele Punkte, weil der Isoar und der Galibier doppelt gewertet wurden. Also nicht 20, sondern 40 Punkte. Deswegen gab es heute ordentlich... Genau, die Ork-Kategorie-Berrege werden ja jeweils doppelt gepunktet und war auf dem Isoar Zweiter hinter Caruso und auf dem Galibier auch Zweiter oben hinter Quintano und hat mit einem Schlag jetzt 86 Punkte die Bergwertung von Tim Wellens übernommen. Und... Der kommt auch zurück, ne? Da sind wir uns, glaube ich, einig. Tim Wellens? Ja. Oh, muss man sehen. Also morgen geht der Kampf von Neuem los und mal gucken, wie sich da die Ausreisergruppe zusammensetzt. Aber was natürlich so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, neu ist oder diese Bergwertung auf den Kopf stellt, ist einfach die Tatsache, dass man diese Ork-Kategorie-Berge doppelt bepunktet und die Schlussanstiege dafür nicht mehr. Also beispielsweise bei dieser Pyrenäenberg-Ankunft gab es halt nur 10 Punkte. Und für den Ork-Kategorie-Berg wird es dann davor theoretisch dann die doppelte Anzahl geben. Also du musst gar nicht zwingend am Etappenfinale dann mehr vorne sein. Finde ich aber im Sinne der Animierung des Rennens gar nicht schlecht. Nö, klar. Also ich finde, dass dadurch vielleicht eher ein Bergfahrer als ein Gesamtklasse-Mos-Fahrer. Ja, aber Gesamtklasse-Mos-Fahrer sind ja häufig Bergfahrer. Ja, aber du kannst dich als Bergfahrer jetzt auch auf die letzten beiden oder auf die ersten drei Berge konzentrieren und dann abschenken und somit das Ganze schon von Anfang an mehr animieren, als wenn du nur auf die Gesamtklasse-Mos-Fahrer bist. Genau, klar. Aber man sagt ja, die besten Bergfahrer sind die, die da am Schluss vorne sind. Aber ist denn jetzt, wenn Alaphilippe der beste Bergfahrer, George Thomas, Größweig, Pinault, okay, Pinault schon jetzt gerade. Es liegt aber dieses Jahr vielleicht auch besonders daran, dass das Zeitfahren so wenig Bedeutung hat. Bedeutung hat. Ja. Danke, danke, dass du ihn hätte länger gebraucht, um den Satz richtig beenden zu können. so bedeutungslos oder wenig bedeutungsvoll ist. Ja. Und dann, ja, können wir vielleicht mal darüber sprechen, was heute so im Classement passiert ist. Genau, ich wollte auch sagen, also was vielleicht noch hinten in dieser Gruppe passiert ist, also an den Leuten, also es gab dann diese Gruppe mit etwa fünf, ich glaube, ich habe jetzt die Etappe hier verschlagen, diese Gruppe mit etwa fünf Minuten Rückstand. Vielleicht da mal kurz in Erwähnung, wer da mit drin war, wo haben wir es denn jetzt hier? Genau, da waren dann halt die Favoriten drin, mit Ausnahme von, weil das wollte ich noch unbedingt erwähnen, Bernal, der sich abgesetzt hat, wo dann auch hinten, wie heißt der, Thomas, dann auch mal zwischendurch attackiert hat. Also das war auch so eine ganze, das wollte ich noch, weil ich habe es ja wie gesagt nur nachlesen können. Was war das für eine Nummer? Also Bernal hat irgendwann attackiert. Ja, also um das vielleicht noch mal vorne aufzudrücken, dröseln. Es war ja so, dass eigentlich keine Mannschaft mehr in der Lage war, so richtig zu kontrollieren. Also Ineos, die hatten dann im Tal Castroviejo wieder, der von hinten zurückgekommen war, aber auch nur ein paar Kilometer dann fahren konnte und dann musste zwischendurch auch schon mal Wout Pools fahren. Sowohl Wout Pools als auch Kwiatkowski, die waren total schnell im Galipier abgehängt und dann, ja, hatten die nur noch Dylan van Baale, der da in der Ausreisergruppe war und da Tempo machen konnte für eine bestimmte Zeit. Ja, und dann hat, so wie man es nachher verhören konnte, Thomas zu Bernal gesagt, ihn gefragt, wie fühlst du dich? Der gesagt, ich fühle mich gut und hat Thomas zu ihm gesagt, ja, mach mal das Rennen hart, so nach dem Motto. und, ja, und das hat er dann bekommen. Ja, und das war dann ja also keine richtige Attacke von Bernal in dem Sinne, der ist einfach nach vorne gefahren, hat das Tempo hochgeschraubt und dann in dem Moment war halt Valverde an seinem Hinterrad und Valverde, der musste dann, ja, musste dann abbrechen, konnte das Tempo nicht mehr mitfahren, da war einfach ein Loch da und dann war Enric Masno da und die anderen Favoriten, ja, da ist in dem Moment keiner mitgefahren oder konnte vielleicht auch keiner mitfahren. Was ganz interessant ist, was man auf dem Fernsehfeed nicht gesehen hat, was ich mir jetzt hinterher im Bonuskanal nochmal auf dem Motorradfeed angeguckt habe, weil die Fernsehkamera in dem Moment nicht auf der Favoritengruppe war, dass Goddue in dem Moment als Bernal da losgefahren ist, kurz nach vorne fahren wollte, um halt die Lücke zu schließen, aber dann von Pinot zurückgepfiffen wurde. Okay. Und, ja, konnte ich mir jetzt nicht so richtig erklären, aber gut, Bernal ist dann weggefahren und hatte dann, ja, nach und nach einen Vorsprung rausgefahren und irgendwann, kurz vor der Kuppe, hat dann halt sein Chef, Garen Thomas, attackiert und, ähm, kam aber nicht weg und das war für mich, ja, ein ziemlich großer taktischer Fehler, weil als, bevor Thomas losgefahren war, war der Vorsprung von, Bernal noch so bei 47 Sekunden auf die Gruppe und der Favoriten und oben auf der Kuppe waren es nur noch um die 26 Sekunden. Also, da hat ihm der Thomas akkurat mal, äh, ein ganz paar Sekunden weggenommen. Und das könnten am Ende Sekunden sein, ne, die jetzt ihm gegebenenfalls dann fehlen. Alaphilippe war ja auch in dieser Gruppe, ähm, mit drin, war zwischendurch auch abgehängt und da kam dann aber sogar zu den Tagen, ich bin mir sehr sicher, ich vergesse ja immer, was wir hier erzählen, ich bin mir sogar sehr sicher, dass wir gesagt haben, wenn er oben nur wenig Rückstand hat, dann ist er mit seinen Abfahrkünsten einer von denjenigen, die man dann auch fast als Mitfavorit sehen würde, weil er einfach runterfahren kann, äh, wie als, wenn seine Lebensversicherung, äh, ganz halb Frankreich abdecken würde. Und so war es dann ja auch, ne, also er war ja oben, ähm, wenn ich das richtig gelesen habe, nicht mehr dran und hat es dann geschafft, auf der Abfahrt sich wieder reinzufahren. Ja, ich gehe sogar noch weiter, also, wenn dieses Gewitter, äh, 15 oder 20 Minuten früher eingesetzt hätte, hätte der allen anderen eine halbe Minute aufgebrummt noch. Ja, also, wie der da runtergeknallt ist, war schon beeindruckend, der hat die, die Lücke zu dieser Favoritengruppe recht schnell zugefahren, aber du hast auch gesehen, bei der Attacke von Thomas und als dann Pinot da mit, äh, Buchmann und Uran nachgesetzt hat, da, da hat der Alaphilippe förmlich fast gestanden, also, da war der Ofen recht schnell aus bei ihm und, ähm, ja gut, hatte dann so 15, 20 Sekunden Rückstand oben auf der Kuppe und, äh, konnte das dann aber wieder zufahren. Aber nochmal zu der Aktion von Thomas, natürlich, ähm, kann es durchaus effektiv sein, so eine Attacke nochmal zu setzen, aber dann muss er sich natürlich zu 100% sicher sein, dass er die anderen los wird. Ja, ja, klar. Aber so, so fährt er die ja wieder ran. Und das ist ja, 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 klar. Also, das bietet ja auch viel, viel Zündstoff jetzt, also, ähm, war das jetzt nur ein Kommunikationsmissverständnis innerhalb der Mannschaft, oder, äh, hat Thomas einfach persönlich seine Fälle davon schwimmen sehen? Oder hat er einfach gedacht, er hat sich einfach selber überschätzt, hat gedacht, das packe ich, da fahre ich jetzt ran, den hole ich mir, äh, also nicht den hole ich mir, sondern im Sinne von, ich hänge die jetzt auch noch ab und dann fahre ich mit Bernal zusammen, wir wechseln uns ab, ich helfe ihm vielleicht noch, ja, also, und, ähm, zusammen bringen wir jetzt hier Zeit auf unsere Seite, kann ich mir auch vorstellen, ne, bloß, dann musst du halt frühzeitig auch erkennen, wenn das nicht funktioniert, und dann frühzeitig die ganze Geschichte wieder abblasen. Ja, vor allem, ja, genau, er hat so gefühlt einen Kilometer durchgezogen und, äh, hatte die Verfolger ja immer um, keine Ahnung, äh, 50 Meter im Nacken. Also, das war dann recht, äh, erschien mir recht, recht sinnlos. Aber, ja, ich denke, man hätte auch heute als, nicht zwingend als Team Ineos, sondern generell von den anderen Mannschaften her gesehen, äh, a la Philippe heute vielleicht schon aus dem Trikot fahren können, wenn man da im Isoar diese Aktion weitergezogen hätte. Aber es gibt in diesem Jahr einfach keine Mannschaft, die dieses Rennen so richtig kontrollieren kann. Also, die Kapitäne waren mehr oder weniger fast alle auf sich gestellt da im Schlussanstieg und auch Jumbo Wismar, die, äh, auf den Pyrenäen-Etappen so stark waren. George Bennett ist heute gestürzt und, äh, auch Laurence de Plus war recht, recht schnell raus und somit, ja, war halt diese Behilfssituation mit Van Bale nur noch da und, ähm, das spielt halt a la Philippe alles in die Karten. Und, wenn man jetzt mal im Gesamt-Classment so ein bisschen guckt, ähm, ist es ja, hat sich Bernal heute vor Thomas geschoben, sind zwar nur fünf Sekunden, aber die beiden Ineos-Fahrer belegen jetzt Platz zwei und drei, dahinter Kreuzweig und dann Pinot und Kreuzweig-Pinot sind auf Thomas im Abstand von 15 Sekunden. Dahinter ist dann schon, ja, ein bisschen 14 Sekunden weiter, äh, 24 Sekunden weiter ist, ist dann halt, äh, Emanuel Buchmann schon ein bisschen weiter zurück. Aber Pinot und Kreuzweig, die stützen ihr Rennen natürlich auf der Ineos-Taktik ab. Ja, ja. Sprich, die werden nicht versuchen, mit einer Aktion von, äh, 50 Kilometer vor Ziel irgendwie das Rennen zu drehen, sondern die verlassen sich darauf, dass, äh, die Ineos-Mannschaft dafür sorgt, dass irgendwann a la Philippe, ähm, durch ihr hohes Tempo aus, dann nicht mehr mitfahren kann. Und, ähm, Beziehungsweise? Die einzige, die einzige Mannschaft, die eigentlich, ja, versucht, das Rennen hart zu machen, ist momentan die Movie-Star-Mannschaft. Beziehungsweise Pinot und, äh, Kreuzweig warten, glaube ich, auf den letzten Tag, ne, damit sie keine Möglichkeit mehr haben, ähm, dass nochmal reagiert wird auf so etwas. Weil jetzt sich nur an, ähm, ähm, an Ineos dran zu hängen, ne, bedeutet dann, dass Kreuzweig und Pinot dann am Ende, angenommen a la Philippe würde jetzt, sagen wir mal, morgens nicht mehr antreten, würde ja bedeuten, dass Pinot und, äh, Kreuzweig sich da um Platz 3 streiten. Ne, das kann es ja auch nicht sein. Aber die, ich denke, deren Taktik kann ja nur sein, am letzten Tag versuchen nochmal die, ne, also, sie müssen ja nicht viel rausfahren, ne, das wäre ja vielleicht, mit so einer Attacke am, Attacke am letzten, allerletzten Berg, äh, zu machen, was sie möchten. Ja, aber beispielsweise die Mannschaft Groupama, FTG, hätte auch die, ja, verfügt über die Kapazitäten, so eine Aktion wie die Movie-Star heute durchzuziehen. Also, sprich, da ein paar Leute in die Gruppe zu schicken und dann, das vielleicht schon mal am vorletzten Berg, zu versuchen und da Alaphilippe zum Handeln zu zwingen beziehungsweise den hinten rausputzeln zu lassen. Aber, hm, ich, ich glaube, das sparen die sich wirklich auf. Also, ich glaube, das sagen die, das machen wir am letzten Tag, weil bis dahin, Ineos steht unter noch größeren Druck als wir und die haben noch mehr. Ja, aber es ist halt sehr riskant, sich darauf zu verlassen. Ja, alleine darauf. Also, wenn, wenn du halt, ähm, hinterher dann verlierst, bist du, bist du der allergrößte Depp und dich auf diese Taktik abstützt und du weißt halt nicht, wie es dann wirklich auch läuft. Zumal heute, ja, glaube ich, auch hatte Pinot nicht den, den allerstärksten Tag. Generell, muss man auch sagen, also, wenn man sich das mal noch mal in der Wiederholung anguckt, die waren alle absolut am Limit da oben. Also, da konnte keiner noch schneller fahren als jetzt irgendwie Thomas. Und Bernal war da, für meinen Geschmack, schon, schon der stärkste. Und, äh, Emanuel Buchmann hat hinterher auch gesagt, ähm, er hat sich super gefühlt, eigentlich bis auf den letzten Kilometer oben nach der Attacke von Thomas. Das dann, da war er dann auch selbst am Limit. Ja, und das unterstreicht, glaube ich, noch so ein bisschen, ähm, ohne dass ich jetzt, äh, es mir wichtig wäre, recht zu haben. Das unterstreicht noch meine These so ein bisschen, wenn man sagt, Pinot hatte nicht seinen besten Tag und man hat dann so ein bisschen drauf, ähm, gewartet. wird, ne, sie warten halt genau dann auf diesen einen Tag, wo alles wirklich perfekt läuft oder wo es für ihren Geschmack hin, ähm, bestmöglich laufen kann und das, und dann am besten. Ja, weil die Gefahr, die dadurch natürlich besteht, wenn sich alle auf Ineos verlassen, ist am Ende Alaphilippe der lachende Dritte. Genau. Weil die, weil die, die sehen, also ich weiß nicht, wie man das nicht sehen kann, aber Ineos hat in diesem Jahr einfach nicht die Mannschaft zur Verfügung, um das zu veranstalten, was sie in den letzten Jahren gemacht haben und dadurch das Rennen so hart zu machen, auch schon mal an, am vorletzten Berg, dass Alaphilippe einfach da außer Rang und Traktanten fällt. Also der kann sich immer wieder irgendwie zurückkämpfen über eine Abfahrt oder, weil das Tempo einfach so niedrig ist, sage ich jetzt mal, dass, ähm, dass einfach so ein Schlussanstieg alleine nicht ausreicht oder heute auch der Galibie, nicht und dass er da genügend Zeit verliert. Aber das ist halt jetzt auch so ein bisschen die Krux für Team Ineos. Die müssen sich jetzt auch irgendwie auf den nächsten beiden Etappen was einfallen lassen, um Alaphilippe aus den Schuhen zu fahren. Bin ich völlig bei dir. Das ist eine ganz gefährliche Nummer von dem, oder dieses Verlassen, ähm, ist wirklich hochgradig gefährliche Nummer oder riskante Nummer, ne, also uns hinterher als der große Depp da zu stehen. Ähm, andererseits denke ich mir dann auch, die können halt vielleicht auch eher mit einem Platz zwei und drei leben, als es ein Team Ineos leben kann. Das ist, glaube ich, das, was, was so ein bisschen auch in den Köpfen vorgehen mag. Glaube ich nicht. Also für Pinot zählt nur der Torsieg in diesem Jahr. Also, und auch Kreuzweig hat gesagt, er kann die Tour gewinnen. Ja, aber ich glaube trotzdem, dass so in dem, also, wenn Pinot gewinnt, ja, ist der, wie hat Macron gesagt, der Champagner ist kaltgestellt. Ja, also keine Frage, will er das Ding gewinnen, auf jeden Fall. Ich glaube nur, dass es für ein, für ein Team FDG und ein Team Jumbo weniger schlimm wäre, die Tour nicht zu gewinnen, als für ein Team Ineos. Das ist richtig, ja. Das ist, das ist der Punkt. Und die sagen sich dann, unser Risiko ist geringer, als das Risiko von denen. Und deswegen werden die alles daran setzen. Und deswegen werden sie jedes kleinste ihrer Marginal Gains ausspielen. Und deswegen warten sie einfach vielleicht, bis der Druck auf Ineos immer größer wird, immer größer wird, immer größer wird, um dann sich am letzten Tag zu sagen, alles klar, wir konnten vielleicht die letzten 5%, die letzten 3% aufsparen für diesen Tag, diese eine Attacke. Und dass das riskant ist, unterschreibe ich dir mit Briefsiegel und noch einer Briefmarke drauf. Aber das macht jetzt für mich auch ehrlich, gesagt so ein bisschen den Reiz der nächsten Tage aus. Also ich bin wirklich furchtbar gespannt. Ja, aber wenn man jetzt mal die, also generell, heute gab es ja einige Verschiebungen im Classroom, um das noch abzurunden. Ja, genau. Ich habe schon gesagt, Bernal geht drei Plätze vor, hinter Alaphilippe 1,30, jetzt ist Bernal Zweiter, dann Garen Thomas 1,35, Kreuzberg 1,47, Pinot 1,50, Buchmann 2,14, Quintana hat sich fünf Plätze nach vorne geschoben, ist wieder zurück in den Top 10, 3,54 nur noch Rückstand, bester Movistar-Fahrer, vor Landa 4,54. Also da hätte ich jetzt wirklich vor ein paar Tagen nicht ein Heller und nicht ein Pfennig drauf gewettet. Ja, dann Landa 4,54, Rigoberto Uran, der ganz starkes Rennen gefahren hat, war auch, ja, eigentlich finde ich für mich mit Bernal und Thomas der stärkste Fahrer, 5,33 auf Platz 9 und Valverde, der leider hinten raus ein bisschen Zeit verloren hat, 5,58 zurück als Zehnter. Ja, wie viel ist er heute geworden? 19. Der hat dann auf diese, ich sag mal, Favoritengruppe nochmal eine Minute verloren. Ja, aber bei Valverde so ein bisschen das alte Lied, sobald es halt hoch hinaus geht, wird es für ihn da schwierig. Und letzte Woche, er ist nicht mehr der jüngste, Regeneration wird auch nicht mehr sein, wie vor 15 Jahren, aber nichtsdestotrotz, also, muss man... Ja, aber trotz allem, wenn wir da auch mal auf die Etappe von morgen gucken, könnte da weiter... Warte, warte, ich muss doch die Kapitelmarke setzen, wenn wir jetzt die Vorschau machen, sonst sitze ich hier die halbe Nacht am Kapitelmarken sitzen. Ja, schauen wir auf morgen. Wenn wir auf die Etappe von morgen gucken, Saint-Jean-de-Maurienne nach Tignes, das sind zwar nur 126 Kilometer, aber es geht halt vom Start weg im Prinzip berghoch zum Col d'Isoran, 2751 Meter ist das Dach der Tour und dann runter nach Val d'Isère, Schlussanstieg nach Tignes, nochmal 8 Kilometer berghoch. Und da könnte halt auch ein Valverde, denke ich, vielleicht eine ähnliche Rolle spielen wie heute Quintana. Also Movie Star, ich denke, die werden es wieder mit der gleichen Taktik wie heute, ähnlich wie heute, probieren. Sprich, einen ihrer drei gut platzierten Fahrer in die Gruppe setzen und dann mal gucken, was hinten passiert. Also, wenn jetzt da ein Valverde in die Gruppe geht, sehe ich eigentlich keinen, der hinten da das Rennen so kontrollieren kann und da ja, dezidiert nachfährt. Von daher... Ich würde aber eher, also, kann ich mir auch... Also, die einzige Sorge, die ich hätte und das wäre die Sorge, die ich jetzt als Zuschauer habe und die ich vielleicht auch als Teammitglied von Movies leite, ich würde mir das Profil angucken und sagen, ja klar, machen wir so. Oh, warte, ich habe nochmal angeguckt, der Berg ist 2700 Kilometer hoch. Das ist nichts, wenn wir da werden. Müssen wir doch anders umdisponieren. Das ist, wenn man, also, wenn das Ganze jetzt irgendwie, warte kurz, nicht so weit hochgehen würde, dann würde ich diese Taktik auch für gut befinden. So habe ich ein bisschen die Sorge, dass man vielleicht auch sagt, wir schicken Lander nach vorne und dass sie deswegen... Oder so, ja, Lander oder Quintana, also, wenn, ja, wenn Quintana jetzt... Den lasst du nicht wegfahren, den lasst du nicht wegfahren, glaube ich nicht. Das ist die Frage, wer den nicht wegfahren lässt, also, wer soll das Rennen kontrollieren? Ich glaube, das ist der Moment, um darauf zurückzukommen, wo FDG und Jumbo und David ihnen dann vielleicht auch ein Toni Martin fehlen, aktiv werden würden. Ich glaube nicht, dass man einen Lander wegfahren, einen Quintana wegfahren lässt. Einen Valverde würde man wegfahren lassen, aber da zweifle ich, ob der das mit der Höhe da packt. Wäre eine interessante Nummer. Also, fände ich wirklich so... Ja, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es dann so einen Moment gibt, in dem sich alle Teams die Verantwortung zuschieben und alle auf Ineos schauen und dann aus so einer Aktion Movie-Star-Fahrer Profit schlagen kann. Spannend. Das meine ich wirklich jetzt nicht. Von daher, deswegen will ich es, um die Schlussfolgerung daraus zu ziehen, will ich es nicht ausschließen, dass einer der drei Movie-Star-Fahrer am Ende das Ding abschießt. Die Etappe oder die Tour? Die Tour. Boah, da ist es halt aber weit aus dem Fenster gelehnt, aber dafür sind wir ja hier. Echt, meinst du? Kann durchaus auch passieren. Was natürlich, ja, wie gesagt, wenn ich Movie-Star wäre, würde ich ähnliche Taktik wie heute fahren und einen der drei mit in die Gruppe schicken mit ein, zwei Helfern und dann mal gucken, wie hinten die Reaktion ausfällt und zur Not halt noch als Relaisstation für einen der anderen drei agieren. Weil mit den Plätzen sieben, acht, neun im Klassement das kann ja nicht dein Anspruch sein. Okay, dann werde ich gleich mal die Folge ganz schnell veröffentlichen und die bei Twitter darauf aufmerksam machen, dass wir ihre Siegtaktik hier gerade verkündet haben und sollen wir Ineos und FDG und auch direkt in CC setzen, dass die auch wissen, wie der Plan aussieht. Bei Ineos wäre eigentlich mal so eigentlich angebracht, aber ich glaube, die können das nicht oder die wollen das nicht. Nämlich die ähnliche Taktik wie Movie-Star anzuwenden. Ein, zwei Leute mit in die Flucht schicken und dann was mit Bernal oder Thomas probieren, um die anderen einfach zum Reagieren zu zwingen, um das Rennen früh hart zu machen, schon im Col d'Isereau, weil dann muss nämlich Alaphilippe selbst fahren und ich glaube, das wird nicht lange gut gehen. Oder es müssen dann Pinot und seine Mannen und Krösweg und seine Mannen dann auch mal abliefern. Aber das Opfer davon wäre wieder Alaphilippe. Jaja, so oder so. Also der ist lost, ist komplett verloren. Ja, und ich glaube aber nicht, wenn Ineos die konventionelle Taktik fährt, nämlich versucht, diesen Zug aufzubauen, was wir schon ein paar Mal gemacht haben bei dieser Tour, aber damit immer kläglich gescheitert sind, dann wird das wenig erfolgeführend sein und Alaphilippe auch diese Etappe im gelben Trikot bellen. Ich finde das für morgen sehr, sehr schwer, irgendeine Art von Prognose zu geben. Also alles, was du jetzt sagst, klingt alles so schlüssig für mich und ich könnte mir auch vorstellen, dass man muss ja mit folgenden Unabwägbarkeiten mal rechnen. Man muss mit der Unabwägbarkeit, was ist denn, wenn Buchmann auf einmal in die Ausreißergruppe geht? Stell dir das mal vor. Das würde er aber nicht machen, wenn er schlau ist. Also man muss ja auch sagen, Emanuel Buchmann ist ja völlig auf sich alleine gestellt. Der hatte heute bis zum Fuße des Galibier noch einen Helfer, das war Gregor Mühlberger, der dann aber auch irgendwann völlig erschöpft die Segel streichen musste und der ist sehr gut beraten, wenn er einfach mitfährt und vielleicht kurz vor Ziel mal irgendwo drüber fährt. Aber er fährt ja, also das ist doch keine Kritik, sondern er fährt ja ein sehr, sehr intelligentes Rennen bislang und auch heute hat er sich super verhalten. Ja, aber wen hätten wir noch? Also, weißt du, ich würde mich ja freuen, wenn wir einen von den Top Ten, ja genau, von den Top Ten morgen in der Ausreißergruppe sehen würden. Vielleicht dann auch so ein Richie Port. Ja, oder genau, einfach mal so ein Richie Port oder Rigoberto Uran. EF Education hat ja auch eine recht starke Mannschaft, also die könnten da auch mal was ausrichten. Aber wenn nicht einer von, wenn nicht einer der Szenarien, dass also entweder ein Größwerk Pinot und setze sich hier noch einen Movie-Fahrer ihrer Wahl ein, wenn davon keiner irgendwie in die Ausreißergruppe kommt, dann wird das morgen, kann das eine sehr langweilige Geschichte werden. Im Sinne von, ja, wir erleben Attacken am letzten, alle fahren gemeinsam rüber, Alaphilippe setzt sich vielleicht sogar noch in der Abfahrt ab und dann erleben wir den letzten Berg. Ich bin sehr gespannt, also morgen ist so eine Etappe, die kann wirklich sehr, sehr, sehr spannend werden und sehr interessant werden. Das kann aber auch genauso gut befürchte ich eine Etappe werden. Ja, aber morgen kann es natürlich auch sein, dass es da richtig große Abstände gibt, weil 2751 Meter Höhe, wir haben heute gesehen, am Galibier, die Fahrer, die fahren alle am Anschlag in dieser Höhe. Das ist nochmal ganz was anderes und die Kräfteverhältnisse hatten sich auch so ein bisschen verschoben. Also da war jetzt keiner mehr dabei, außer Bernal, der jetzt stärker als die anderen war. Kann mich natürlich auch täuschen und kann sein, dass Bernal morgen für den F4 von heute bezahlt. Glaube ich irgendwie nicht. Also ich, haben wir das schon erlebt? Ich kann mich nicht erinnern. Ja klar, also beispielsweise beim Zeitfahren. Zeitfahren nehme ich raus, nehme ich bewusst raus. Aber dass er mal überwiegend an der Bergetappe am nächsten Tag nicht fit war am Berg, kann ich mich so spontan nicht erinnern. Ja, aber es kann... Ja, möglich ist alles, klar. Kann immer erst mal geben. Okay, also morgen, also die Prognose auf Samstag fällt mir jetzt eigentlich sehr, sehr schwer, weil morgen so viele verschiedene Möglichkeiten es gibt, was passieren kann, dass man sich gar nicht so weit denken mag, was Sonntag alles möglich ist. Weil man kann ja am Sonntag, also jede Theorie für Sonntag kann ja nur auf dem Ergebnis von Samstag, Samstag kann ja nur aus dem Ergebnis von Samstag, Freitag, mein Gott, heraus gesehen werden. Deswegen finde ich das ein bisschen... Ja, nach morgen Abend muss man die Karten, also nach dieser Freitagsetappe muss man die Karten natürlich komplett neu ordnen. Also ja, weil die Etappe vom Sonderamt ist im Prinzip, ja, auf der Papierform genauso schwierig, finde ich. Ich würde, ich sage, fast schon schwieriger. Na gut, du hast halt, ja, zum Schluss den Org-Kategorie-Berg Val Thorens mit 33 Kilometer Länge, 5,4 Prozent, zwar nur, aber es ist halt eine ewige Fahrt nach oben und den Cormé, Roselon, dafür hast du ja auf der anderen Etappe den Iserrand, das Dach der Tour, wo es nochmal höher hinausgeht. Ja, aber ich finde, ich finde, ich finde das, das geht so, die ersten 90 Kilometer morgen mehr oder minder gleichmäßig, wirklich mehr oder minder gleichmäßig, ne, also man hat klar den, ähm, Sandré, den Osus, oder wie heißt er, der Col de Madeleine, ne, es ist aber wie so treppenartig geht es nach oben, ja, und wenn man dann oben am Dach der Tour ist und dann einmal noch runter und dann noch ein Anstieg, während es am Samstag ja doch wirklich, ja im Prinzip zwei, zweieinhalb richtig klassische, lange, schwere Berge sind und auch, aber man kann natürlich auch andererseits argumentieren, das andere ist unrhythmischer, merke ich gerade, also es ist auch nicht so richtig durchdacht, was ich gerade gesagt habe. Ja und gespannt, also es ist halt auch nicht nur vom Höhenprofil her eine Achterbahnfahrt, sondern es könnte auch vom Wetter her eine Achterbahnfahrt werden, weil wenn ich mal gucke für Teenie morgen 80 Prozent Regenwahrscheinlichkeit und 17 Grad, also wer das, wer diesen Wetterumsprung dann wieder am besten verkraftet, das steht auch in den Sternen. Schade eigentlich, also ich finde es schade, wenn so jetzt das Wetter irgendwie dann nochmal reinspielt im Sinne von, ich will nicht sagen Strich durch die Rechnung macht, aber so als Faktor mit reingenommen wird, klar, gehört dazu, wir machen Outdoorsport und so weiter und so fort, ich hätte es aber schön gefunden, wenn das in dem Fall nicht unbedingt da ein Faktor geworden wäre, um es so rum zu sagen. Also heute, wie gesagt, auf der Etappe Abfahrt von Calibé hatten die Fahrer großes Glück, dass dieses Unwetter da nicht früher runtergekommen ist, weil man hat gesehen, dass Gruppetto und Peter Sagan, die waren alle dick eingepackt mit Regenjacken. Okay, ja und ich bin froh, dass ich mir keine Sorgen um die Jungs machen muss, ich bin ja immer der Schisser vom Herrn. Ja und Sonntag geht es dann nur noch, also um jetzt den Vorausblick zu machen, ich sage mal so, Sonntag ist im Vergleich zu den Tagen davor ja dann doch deutlich weniger interessant. Sprinterkunft, wer macht es? Den letzten Sprint? Ja, es kommt darauf an, wie viele Sprinter da noch die Berge überstehen. Ich kann mir gut vorstellen, wie im letzten Jahr Alexander Christoph. Okay, ich möchte einfach unfassbar gerne und dass am Samstag, am Sonntag dann André Greipel gewinnt. Einfach nicht, weil ich es glaube, sondern weil ich es möchte. weil das fände ich doch eine schöne Sache und wie gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass es dann nicht mehr so lange mit ihm auf dem Rad zu Rande geht und deswegen würde ich mich das sehr freuen für ihn. Ja, gibt es noch was? Haben wir noch was vergessen? Ja, heute auf der Etappe gab es eine nach dem nach der Etappe wie gesagt, auch da spielte das Unwetter eine Rolle. Eine Bourgeste, wie die Franzosen sagen würden, eine sehr schöne Geste vom Gelbtrikot-Träger Julien Alaphilippe, der einem frierenden Jungen seinen Maillot schon gegeben hat. Das ist natürlich Wir waren am Anfang der Sendung, hatten wir schon das Papa-Herz in mir, jetzt schon wieder. Klar, fantastische Geste, super schön. So macht er sich dann halt auch Freunde. Ja, vielleicht wächst das Kind ja eines Tages da noch rein. Ja, ja, klar, aber so macht er sich bei den Franzosen ja auch beliebt und ja, schöne Sache. Gut, ich hoffe, deine Stimme erholt sich noch weiter bis zum kommenden Sonntag, sodass wir dann stundenlang live senden können. Nochmal, wie gesagt, wir werden den Stream, wir werden uns nochmal kurz absprechen, wenn wir ungefähr loslegen und dann werden wir den Stream früh genug am Sonntag ankündigen. Wer hundertprozentig sicher sein möchte, möge mir eine E-Mail schreiben, ich werde einen Verteiler anrichten und euch frühzeitig eine Stunde vorher vielleicht informieren und ja, dir Thomas wünsche ich vielen herzlichen Dank, gute Weiter, gute Besserung. Ja, wünsche allen Hörern noch zwei fantastische Freitag-Samstag-Tour-Tage und dass ihr dann vielleicht die Möglichkeit habt, mit uns am Sonntag so ein bisschen die Tour ausklingen zu lassen, bevor man dann ins Eiskalte in den Entzug springt und möchte mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bedanken für, wie immer, für alle Spenden, für alle Auphonic-Zeit, die ihr uns geschenkt habt, die uns, ja, das hier auch möglich machen, was wir gerade machen, für alle Bestellungen über den Amazon-Link, da sind in den letzten Tagen wieder ein paar gekommen, die uns wirklich sehr, sehr freuen und wovon wir dann investieren können, hier in Material, in Zeit, in alles, also nochmal, also alles, was ihr uns gebt, also wir haben noch nichts für Kokain und Prostituierte ausgegeben, es ist bis jetzt, glaube ich, also oder, warte mal, ich gucke gerade, nee, ist nicht passiert, das ist alles immer hier in den Podcast gewandert, auch zurück oder ja, doch eigentlich schon und ja, also tut ihr euch selber damit auch eingefallen und ich sage vielen herzlichen Dank und bis bald, tschüss Thomas. Tschüss.